Ja, wir sind halt eben Perfektionisten und wir müssen vielleicht schauen, ob wir ein bisschen grosszügiger werden, ob wir nicht alles bis ins letzte Detail geregelt haben wollen und unser Leben auch ein bisschen mehr geniessen und nicht immer uns genau messen an dem, was wir eigentlich wollen erreichen. Haben Sie Freude an der Schweiz? Ich schon. Ich lebe gerne da, aber dass es so bleibt, müssen wir uns anstrengen. Für uns in der Schweiz trifft zu, dass wir auch ein gutes Klima brauchen und darum setze ich mich auch für eine Klimapolitik ein. Als wir das erreichen können, ist die CVP schon lange dran. Wir haben uns eingesetzt für einen Atomausstieg, wir haben die Energiestrategie 2050 mitgeprägt, mitgestaltet und jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen und da braucht es ein griffiges CO2-Gesetz, ein CO2-Gesetz, welches auch eine Flugdikee-Abgabe beinhaltet, auch diese sollen ihren Beitrag leisten. Auch für uns als CVP ist klar, dass es hier grosse Anstrengungen braucht, aber das macht uns fit, schafft Arbeitsplätze, schafft Investitionen, schafft Innovationen. Und darum stellen wir dazu und packen wir es an, die CVP steht dafür ein.